Emozio statt Ratio, Gefühle statt Vernunft. Das ist der Leitsatz des Sturm und Drangs. Spätere deutsche Nationalfiguren wie Goethe und der damals noch viel jüngere Schiller prägten jene Genieperiode, in der sich die Autoren gegen die Vätergeneration auflehnten. Den passenden dynamischen Namen bekam die Epoche allerdings erst durch die Komödie Sturm und Drang von Friedrich Maximilian Klinger. Doch wann lässt sich die Epoche überhaupt datieren? Was waren die wichtigsten Themen jener Zeit? Und welche Vertreter prägten neben dem Weimarer Duo diese Epoche? Darum geht's in diesem Video. Viel Spaß! Im 18. Jahrhundert spielte die Vernunft und Rationalität geprägte Aufklärung die Hauptrolle. Aus dieser erwuchs gemeinsam mit der Empfindsamkeit der Sturm und Drang, welcher sich von 1765 bis 1785 datieren lässt. Damit fiel der Sturm und Drang in eine Zeit, die durch andauernde Religions- und Bürgerkriege in Deutschland bestimmt wurde. Gleichzeitig stellte die dominierende Aufklärung durch Bildung und Fortschrittsglauben die Vormachtstellung von Adel und Kirche in Frage. Der Sturm und Drang bildete nun aber, anders als die Empfindsamkeit, keine Ergänzung zur Aufklärung, sondern eine Gegenbewegung, welche der kalten Rationalität, die Kraft der Gefühle und Fantasie sowie dem Glauben an eine bessere Welt entgegensetzte. Sie richtete sich gegen die Vernunft als oberstes Gut und kritisierte die absolutistische Obrigkeit und das Bürgertum mit seinem veralteten Moralvorstellung. Die Kritik an der absolutistischen Obrigkeit macht sich vor allem in dem Weltbild des Sturm und Drangs bemerkbar. Im Mittelpunkt steht das Leitbild des Originalgenies als ein schöpferisches Wesen, das von Gott begnadet und humanistisch geprägt wurde. Es stellt einen wahren Künstler dar, der nur durch seine eigene Kraft, seine Fantasie und vor allem seinen Gefühlen etwas schafft. Das Originalgenie ist ein nach Freiheit strebendes Individuum, welches den Schranken der Gesellschaft entkommen will. Als Künstler lebt es nach seinen eigenen Gesetzen und Regeln und trifft freie Entscheidungen aus dem Bauch heraus und lässt sich nicht unterdrücken. Dieser Geniekult und die damit verbundene Selbstverwirklichung des genialen Menschen war eines der Hauptmotive des Sturm und Drangs. Aufbauend darauf spielte die Selbsthilfe, in dem der jeweilige Mensch der Maßstab seines eigenen Handelns ist, eine entscheidende Rolle. Beide Motive sprechen sich klar für den angestrebten Individualismus dieser Zeit aus und fordern somit die Beendigung aller Vorschriften. Gleichzeitig wenden sich die Autoren den tragischen Helden vergangener Epochen zu. Der antike Held Prometheus wurde zum Leitbild des Sturm und Drangs, aber auch Shakespeares leidvolle Figuren wurden reflektiert und bewundert. Zudem gab es große Übereinstimmungen mit der Philosophie, da auch hier die Idealisierung der Natur und des Ursprünglichen prägend war. Neben der Gefühlsbetontheit und der geäußerten Liebe zu Heimatland und Kultur hatten allerdings auch politische Themen, wie der Widerstand gegen Autoritäten, Gewicht in den Werken der Stürmer und Dränger. Dies äußerte sich in der sozialen Anklage gegen die Korruption der herrschenden Stände. Frei von allen Vorschriften, wie man es sich in dieser Zeit wünschte, waren meist auch die Werke gestaltet. Gedichte wurden weitgehend in freier Form geschrieben, also ohne die für diese Textart typische Versform und Reime. Zur Ausschmückung dienten rhetorische Mittel wie Interjektion, Ellipsen und Wiederholung. Sie sollten die schwärmerische Liebe für die Natürlichkeit verdeutlichen. Dies wurde durch eine ausdrucksstarke, emotional aufgeladene Sprache unterstützt, die mit bisherigen Konventionen brach und sich bis ins Vulgäre steigern konnte. Gleichzeitig rebellierten die Autoren auch gegen die höhere Sprache des Adels und verwendeten die einfachere Volkssprache. Halbsätze, Ausrufe und Kraftausdrücke, die den Leser die Gefühlswelt der Protagonisten näher brachten, ließen sich gut in der Erlebnislyrik darstellen. Sie waren neben dem bürgerlichen Drama die meistverwendete Textsorte dieser Zeit. In diesem griffen die Autoren aktuelle gesellschaftliche Probleme auf und kritisierten sie, wobei die Hauptfiguren das Idealbild des Sturm und Drangs verkörperten. Auch Briefromane, die erstmals in der Zeit des Sturm und Drangs geschaffen wurden, erfreuten sich reger Verwendung. Der mit Abstand bekannteste Briefroman stammte mit »Den Leiden des jungen Wärters aus der Feder Goethes«. Daneben schrieb er mit dem »Willkommen und Abschied« auch gleich das bekannteste Gedicht des Sturm und Drangs. Doch auch andere Autoren, wie Johann Gottfried von Herde mit dem Werk »Volkslieder«, Gottfried Bürger mit »Leonore« sowie Schiller mit seinen Werken »Die Räuber« und »Kabale und Liebe« prägten die Epoche. So, und jetzt nochmal das Wichtigste in Kürze. Der Sturm und Drang lässt sich von 1765 bis 1785 datieren und ist eine Gegenbewegung zur gesellschaftlich dominanten Aufklärung. Im Zentrum der Epoche stand ein freies, schöpferisches Originalgenie, welches Entscheidungen aus seinem Bauch heraustraf und nach seinen eigenen Wünschen und Regeln lebte. Die Bewunderung tragischer Helden sowie die leidenschaftliche Verbundenheit mit Kultur, Heimatland und Natur drückte sich in vielfältigen Genres mit gefühlvoller und expressiver Sprache aus. Die bekanntesten unter den größtenteils jungen Autoren sind Goethe, Schiller, Herde und Klinger. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst uns gerne ein Like und Kommentar da und abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst.